Das Datum der Erstausstrahlung dieser Mien-Nachrichten war der 30. Dezember 2021. Heute feiert Sonia Aisama Geburtstag. Sie wird stolze 17 Jahre alt. Wir übertragen jetzt Live-Szenen von der Geburtstagsfeier im Island-Hotel. La 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 Dankeschön. Kura. Grab this game. Wir haben einige Inselbewohner nach ihrer Meinung gefragt. Herzlichen Glückwunsch, Zunia A. Isama. Die Zeit vergeht wie im Flug. Fuck outta here. Danke fürs Zuschauen. Ich bin der NCDM. Der 30. Dezember war das Sendedatum dieser Mini Nachrichten. Okay. Okay.